In diesem Beispiel lernst du, wie du Winkel markierst und benennst. Übertrage die Zeichnung und zeichne Winkel ein, die durch die Schenkel G und H begrenzt werden. Benenne die Winkel mit griechischen Buchstaben. Durch Kästchenzählen kannst du die Zeichnung in dein Heft übertragen. Um den Punkt P einzuzeichnen, gehst du ein Kästchen nach unten und sieben Kästchen nach rechts. Der zweite Punkt liegt hier. Und das sind die Schenkel. Zeichne nun die beiden Winkel ein, die durch die Schenkel begrenzt werden. Winkel öffnen sich stets entgegen dem Uhrzeigersinn. Beginne bei G. Begrenzt wird der Winkel von G und H. Bezeichne diesen Winkel mit dem griechischen Buchstaben Alpha. Der zweite Winkel beginnt beim Schenkel H. Auch dieser Winkel öffnet sich entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er von G begrenzt wird. Diesen Winkel nennst du Beta. Gib die Winkel auch in der Schreibweise mit Schenkeln und mit Punkten an. Beide Winkel können durch die Schenkel G und H beschrieben werden. Es kommt nun auf die Reihenfolge an. Alpha beginnt bei G und endet bei H. Die Schreibweise lautet Winkelzeichen G, H. Der Winkel Beta startet bei H und endet bei G. Nach dem Winkelzeichen, also erst H, dann G. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Winkel zu definieren, und zwar über die eingezeichneten Punkte. Für Alpha starte mit dem Punkt auf dem unteren Schenkel, also P. Es folgen der gemeinsame Punkt S und der Punkt Q auf dem oberen Schenkel. Die Schreibweise lautet Winkelzeichen P, S, Q. Auf ähnliche Weise, nur die Reihenfolge ist eine andere, kannst du Beta beschreiben. Winkelzeichen Q, S, P.